ja hallo und so und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play world of warcraft level 1 bis 90 wie immer mit einem swifty ja hallo mit meiner kleinen schwester silindra und mit 150.000 goblins die hier durchs bild laufen die wollen alle mit dabei sein versteht jetzt wo die aufnahme wurde wo die begrüßung vorbei ist jetzt kommt kein schwein mehr ist normal aber direkt in der begrüßung zwei so dinge bei der von links nach rechts einer von rechts links nein ist ja egal ist ja egal arschelache so ja wir haben eine neue frei geschalten die werden jetzt noch gleich mit geht es ist zu fahrrad zu fahrräg in meinem hilf wesen zu fahrräg und die hof dass man jetzt dann dann bald einmal so die level 45 machen dann haben wir nämlich einen neuen talent punkt zu vergehen aber dieses heilige schild hier kann ich durchgehend wirken das braucht kein mana und was bringt heilige schild absorbiert für so und soviel sekunden bis zu 235 schaden aber dass durchgehend wirkt ne so schön weniger schaden ja wie viel 235 schaden ja wenn die mal so ein monster anrotzt oder wie genau was ist mit dem steffi hast du schaden genommen ja aber ich bin sicher ja schau noch mal nach jemand hat die einladung abgelehnt für wurscht nein hat einfach zu lange um einen angeschissen das ist wieder das dd-problem die sitzen irgendwo um an und gehen dann afk weiß ich nicht onanieren oder so und haben sie aber für den inni angemeldet und dann ist die inni einladung erst gerade beim onanieren und denkt sich was tut jetzt onanieren oder inni ja und dann stehen wir hier und dann stehen wir da und er onaniert weiter und wir kommen nicht in die inni beiner wichser tja fang auf die wichser so wird das heute noch was jetzt haben wir schon wieder so so mann wir müssen oder was sie wieder hat diesen kampfhaft dran schule hallo 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 so so normal jetzt aber jetzt kommt der ne ne ah hey so quest annehmen Ja, das ist ja eine der wenigen Indies, wo man reiten kann, gell? Da gibt's ja auch noch zwei gewesen. Was haben wir denn da? Ja, meine, jede Menge. Uh, da gibt's schöne Sachen! Hoi! Wo wäsch' dich Freude machen! Haaa! 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 Jaaa! Heiii! 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 Zum Glück habe ich mich gemutet, aber ich glaube, ich habe jetzt zugeschrien, dass mir immer meine Schwester gehört hat. Ja, geil! Ähm, nur so zu jeden Fall, ich bin Blütenstaub-Allergiker. Oh, ist mies! Ja, das heißt, das könnte passieren, dass ich das ein oder andere Mal noch hörte von mir. Sollte ich mal in der Hoffnung, dass mir jetzt mal keiner verregt? Was ist denn da so so schön auf? Was ist denn da so? Ja. 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 In der Hoffnung, wir haben den Karten, dass wir wahrscheinlich in der Hoffnung haben. Ja. 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 Aber mit I war es cooler gemacht, oder war das normal? Ich glaube, das geht immer auf die Strecke. Also bleibt immer auf der Strecke. Ja. Ich hab's mir egal. Ich hab's mir egal. Laufen die denn überall hin? Das glaubst du nicht. Das war eigentlich wieder mal so der Job von den DDs. Genau. Die, die weglaufen, dass man die blättert. Aber nein. Aber nee. Nö, der holt schon mal hinten die nächste Gruppe, der grad wegläuft. Ich bin einfach zu schwach. Ja, das hab ich mir auch schon überlegt. Bei dir war es einfach am gescheitern. Du aktivierst die Webcam bei deinem Laptop und lässt deine Möpse ein bisschen reinhängen. Weil dann war das, dass du so schlecht bist. Eigentlich wurscht. Habt doch Möpse. Scheißegal. Habt doch Möpse vor der Webcam. Der Rest ist wurscht. Wer hat diese Bilder? Diese Bilder! Diese Bilder! Das wäre eigentlich genauso für die weiblichen Zuschauer, wenn ich zum Beispiel meine Facecam auf mein Gesäß richten würde. Ein Gesäß. Genau Gesäß. Der war kacken und hat sich nen Arsch nicht abgewischt. Der war kacken und hat sich nen Arsch nicht abgewischt. Nicht auf meinen Arsch. Penis! Penis! Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich nicht mal Facecam oberkörperfrei machen könnte. Wirklich? Normalerweise wäre das so ein Ding, wo ich sagen könnte, ja vielleicht, aber es wurde von einem Mann gewünscht. Das sind wieder die Onanisten, von denen wir gesprochen haben. Da sind sie wieder die Onanisten! Die machen wieder mit Facecam oben ohne. Bla 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 bla. Iiiiih! Bläh! Huah! Tja! Ich sag euch was jetzt. Ich werde mir da noch helfen. Was für ein Elend. Ja. Na gut. Es ist mittlerweile 4 Uhr nachmittags und ich bin seit... 12 Stunden auf. 12 Stunden auf. Ja. 12 Stunden. 12 Stunden schon. Ja. Ich hab ne Stunde geslafen. Ja. Hm. Hier. Jetzt hab ich so so geil. Äh. Ups. Hallo Krabber. Mir kommt... Das ist kein Krabber. Das ist ein Käfer. Käfer. Ja was ist denn mit dir? Jetzt kriegst du vielleicht richtig gedamaged einmal oder was? Ja, da ist ein bisschen hier Wasser. Ich hab auch eine Krabber. Ich weiß nicht von wem. Von irgendeinem Rancher halt. Ja ja, da. Muss gucken, dass ich nicht zu weit vorgehe. Sonst hab ich gleich richtig viel Hammer. Muss man nur sagen, falls das passieren sollte. Weil ich bin grad auf dem Weg da, diesen Krabbelkäfer zu looten. Robben. Hast den? Abgelootet. Und hab dich schon wieder geheilt. Bäm. Bäm. Wir haben Magier dabei, gell? Magier. So. Und hier noch. Und da noch. Oh. Oh. Und dann noch ein bisschen raus. Und ich selber könnte mich auch mal heilen, gell? Ja. Wär auch nicht verkehrt. Wäre. Kein. Fe-le-lel. Nicht, dass das irgendwie so wichtig wäre. So. Mäh. Das doch nicht. Mäh. 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 Ja. Ja, schon. Ja. Eigentlich schon. Ja. Und was sagst du dazu, dass die Österreicherin Conchita wurscht in Song Contest gewonnen hat? Ja. Ich finde die sehr kurios. Die Frau von und zu her wurscht. Ist das eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Ein Mann. Okay. Der Tom. Eine Dreckqueen. Eine Dreckqueen hat geworden. Es ist irgendwie komplett am hier dran vorbei. Ja. Ach da. Ja. Ja. Du bist ja der, der lieber im Regen irgendwo steht und... Äh. Ich? Nein. Ja. Und irgendwelche Sachen verkaufen würde ich, was eh kein Schwein braucht. Genau. So wie Slush-Eis. Im Regen. Ja. Slushies. Merkst du auch die, die, die? Ja. Schon ein bisschen. Aber sobald die Sonne rauskam, haben sie wie blöd Slush gekauft. Also da war ja nicht verkehrt. Okay. Bist du immer bei dem Getränkeladenstand da eingetreist? Äh. Wenn der steht und wir haben Leute zu wenig, dann mache ich das. Oder ich sitze im Kinderkarussell. Oder kassiere. Äh. Also sammle die Chips ein beim Kinderkarussell. Oder wir haben ja noch die Schiffschaukel, dann schiebe ich die Schiffe an. Daher der Begriff Schiffschaukelbremse. Okay. Schiffschaukelbremse mit... Äh. Ich hole in die Fresse. Hä? Schiffschaukelbremse. Ja. Kennst du nicht? Nö. Ja? Aber ich stelle es mir geil vor. So richtig geil. Ich. Könntisch. Da brauchst du keinen Zahnarzt mehr. Okay. Was ist weglaufen? Wo darfst du denn alle hin? Also du bist so praktisch Mädchen für alles. Ja. Überall einsetzbar. Das Problem ist, wenn man viel kann, muss man viel machen. Ja. Ja. Ja, ja, hallo? Hinter mir? Ich fahr morgen auf Everding. Du fahr... Du fahrst morgen auf Everding. Ich fahr morgen auf Everding. Ich fahr morgen auf Everding. Wieso fahrst du morgen auf Everding? Weiß ich nicht, weil der Papa gesagt hat, ich fahr morgen auf Everding. Ja. Na ja, dann lasst du mich wieder ganzen Scheiß liefern, dass du... Dass du wieder spazieren fahren darfst. Das ist eh klar. Ja. Ich mach genau das so wie das wirft im Morgen. Genau. Mädchen für alles. Mädchen für alles. Ich fahr zwar nicht 11 Stunden in der Gegend spazieren? Na ja, du einmal schon. Ja, genau. Du scheiße, die Mummenart Der Weg der Zuneigung, also eine Geste der Zuneigung. Pfui! Ja genau, Pfui war gescheitig, oder? Pfui! Ey! Was los? Was los? Nix los! Was soll los sein? Ja, Hund! 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 Ah, das ist ein Krieger, der hat wieder mal nicht alles mitbekommen. Hund! Oh, toll! Ich kann einen Käfer looten! Ja, Hund! Ja, Hund! Ja, Hund! Und? Ne Aufmerksamkeitsspanne wie ne Eintagfliege! Ja? Und manchmal ne Reaktionszeit wie ein Amboss! Ja! Was willst du da noch machen aus der Loch? Genau! Drum, nicht ärgern, nur wundern! Ich bin ein Frosch! Was bist? Gar nichts Biest! Ein Frosch! Gar nichts Biest! Wieso bist du ein Frosch? Ein verwunschener Frosch! Der Frosch! Wann ich sorge Addys kein Frosch mehr, dann ist er kein Frosch mehr! Fertig! Hab ich mich so gefreut ein Frosch früher! Ja! Ach, Zwifti sei doch kein Frosch! Ah, schon wieder ein Frosch! Nein! Sag mal was! Sag mal was! Na, Eddie muss mich jedes Mal küssen, damit ich wieder zur Kuh bin! Ich bin ein Frosch! Ich bin ein Frosch! Ich bin ein Frosch! Enten läuft da einer rum? Keiner gemerkt! Ja, ja! Tod! Jetzt nimmer! Todeln, 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 Todeln! Ich kann doch gleich mal recht so mitgehen! Das steht da in die Höhlen... ...dings... ...romsen! Ah! Agro! Dominik! Was? Ich darf auch mal! Alle anderen darf man! Ja, okay! Dann müssen wir jetzt die anderen auch machen! Hier rumstehen! Einer von euch müsste noch Agro haben, wenn es nicht gerade der Heel ist! Ja, ich weiß zwar nicht wieso, aber die vom Brunnen ist auf mich losgegangen! Ja, weil die Gruppe vom Brunnen mit angezeigt wurde! Ja, eigentlich gerade machen wollte, aber da hieß es ja... Komm, wir gehen da rechts! Okay! 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 Genau! Hm! Das erklärt natürlich einiges! Jep! Der Zauber ist noch nicht überall! Eigentlich kommt er mir meine Viecher rauszuschmeißen! Das ist Mana Regeneration! Schöx, da haben wir das Schatten! Huluuu! Ah, da! Ja! Da! Was haben wir da? Ja! Platte! Die Platte. Die Platte ist hier! Ah, hallo! Ah, schon frittisch! Ich versuche es! Ja, klar! Aber irgendwie will das nicht! Ja genau, da gehen wir zu mir hin! Gehen wir mal da lang Das ist die nächste feine Option die wir angehen können Da ist ein Krokodil Ein Jackson Ein Krokodil von Krokodil Nö das ist ein Jackson Na aber nicht so rot Was? Der ist schon mal nicht so rot Na wenn der Jackson noch mal so rot ist dann machen wir ernsthafte Gedanken Nö Heiß 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 Siehst du da schon wieder? Nix Frosch Wow was für eine wow Das ging schön Ich bin sprachlos Schon wieder Frosch Ja bissel Abgängzeit jetzt nimmer Ah du mit deiner Abgängzeit Ja Man muss halt ein bissel schauen wie man Wie man zu schmeißen kommt Aber läuft Ja passt doch